Neue Forschungsergebnisse zeigen, dass die Konzentration von Mikroplastik in den Weltmeeren in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat. Die Daten wurden vom Projekt Ocean Race veröffentlicht, das weltweit Proben aus dem Meerwasser nimmt. Demnach sind die Verschmutzungswerte bis zu 18 Mal höher als noch 2017. Mitarbeitende des Projekts fanden an allen Standorten besorgniserregende Konzentrationen von Plastikgiften. Die höchsten Konzentrationen fanden sich vor stark besiedelten Küstengebieten. Aber auch in Point Nemo, das als das am weitesten entfernte Meeresgebiet gilt und fast 3000 Kilometer vom Land entfernt liegt, wurden sie nachgewiesen.